So, moin moin, weiter geht's mit Let's Play The Forest, ähm, Tyler, du hast den dritten Fuß bekommen. Ich weiß nicht, ob er schon immer da war oder ist das eine Hand? Bleib mal stehen, nicht bewegen. Ne, das ist ein Fuß. Oh yeah. Äh, wir haben glotzig lang überlebt. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber viel Spaß beim Video. So. Oh, ich habe schon wieder vergessen, das Handy auszustellen. Mir fällt gerade ein, wir können ja mal die Pistolenteile sammeln gehen. Dann haben wir die Pistole. Ja. Ich hatte noch nie die Pistole. Ich auch nicht. Du kleiner 31er. Was ist denn? Ja. Ach nee, das machst gar nicht du. Du bist schon weitergelaufen? Ja, bin ich. Ich werde hier angezündet. Kommst du jetzt mal? Junge, ich kämpfe gerade gegen Brenn-Zombies. Irgendwie. Ich sterbe nicht. Nein, die sind einfach. Aber... Ach, wachst du. Oha, Pfeifet. Ich kettere jetzt einfach auf den Turm und schieße sie alle weg. Ich kettere jetzt einfach auf den Turm und schieße sie alle weg. Aua, Alter. Ich habe keine Pfeile mehr. Nicht bitte. Keine modernen zumindest. Ich habe gar keine mehr. Ich komme her, es ist so unser. Ah, leck mich am Arsch. Ne, ich verpiss mich. Da kommt ein Armer. Gegen den lege ich mich nicht an ohne Pfeile. Warte mal, hier sind viele Totems. An so einer kahlen Stelle. Die müssen doch hier stehen, weil hier irgendwo eine Höhe ist. Ja, halt deine Frisung, verpiss dich. Ja, ich dachte schon wieder, du meinst mich. Ja, meine ich auch. Ja, hier war ja nicht mal eine Axte, aber ich gehe wirklich mal rein. Scheiße. Safety first. Macht zwar keinen Sinn, weil es nicht safe ist da drin. Oh, ist das dunkel, Alter. Ist wie der Arschloch deiner Schwester. Ah, Mann, Alter. Oh, oh. Irgendwas dickes lebt hier unten noch. Ich höre rutschende Steine. Ich habe mich vor einem toten Arschloch. Gibt es denn sowas? Ah, das war ganz gut, dass ich runtergekommen bin. Erstmal sind sie zu. Ach toll, hier teilt sich der Weg auch wieder auf, Junge. Wie viele Wege wollen Sie haben? Hier sind erstmal wieder Koffer, die zu sind. Und ich habe jetzt so eine Sprühdose wieder. So kann ich mir einen Flammenwerfer krachten. Oh, hier ist eine Karte. Ich habe die Karte gefunden. Was ist für eine Karte? Na, die Karte, die Mapkarte, wo du diesen kleinen roten Punkt hast, quasi, wo du bist. Hier waren das schon drin. Und was steht hier drauf? Ich habe keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Kassette 2 gesammelt, die haben wir davon, oder? Kassette 3, Kassette 4. Sehr geil. Nee, ich höre kann die Wahlen. Den gehe ich erstmal links lang. Okay, da geht es mit dem Seil runter. Dann gehe ich doch erstmal links. Oha. Geile Mucke hat Kassette 2. Safe hätte er gekommen, doch bestimmt gleich irgendwo. Ja, passt. Fresh, 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 fresh. Also bis jetzt hat das Seil ungefähr den Durchmesser von meinem Fried. Von der Länge her, nicht von der Breite. Meins ist natürlich weiter. Ich bin jetzt... Ah, Tyler, weißt du, weißt du, wie ich bin? Weißt du, wie ich bin? Okay. Ich habe... Ich bin bei... Sprachen lernen, Bubble. Was denn? Erstmal alles looten hier, Alter. Farbe, Pinsel. Wofür auch immer ich den Pinsel gebrochen kann. Weiß ich jetzt nicht mehr. Werden wir schon irgendwann rausgehen? Hier. Oh, warte, ja. Erstmal die Münzen aufsammeln. Das ist ein Arm, aber ich dachte, das ist ein Bein. Ja, ich dachte auch, dass das ist ein Bein. Ja, das ist ein Arm. Hier war ja diese Base, die irgendwie nie angegriffen wurde. Dieses Jagdhaus. Guck mal, ich würde jetzt mal sagen, wo ich überall war. Ein, einen Blick. Hier ist ja das Jagdhaus. Das haben wir ja auf der Map gebaut. Ich gucke mal, ob im Garten was gewachsen ist. Also die Fleischstimme sind alle voll. Eins, zwei, drei. Die drei grünen Flaggen, die dazugekommen sind, das sind die Treffler, ähm, das sind die Orte, wo ich war. Die ganze Zeit. Alter, ist das heftig. Ich habe aber auch zwei, drei Stück markiert schon. Ein Hase zu viel. Ein Hase hat sich wieder gemacht. Oh, geil. Jetzt, hier ist Fleisch. Alles fertig in der Jagdhütte, Alter. Alles fertig. Und Regenwasser. Es regnet ja auch gerade. Ja, aber die Behälter sind voll. Die Jagdbass hier war gut, dass wir die gemacht haben. Äh, ich auch nicht. Ich habe nur, ich weiß nur, dass hier gerade ein paar Homies rankommen. Ja, ich gucke mal. Alter, wo ist meine ganze Rüstung hin? Alter, das sind das viele. Ich gucke mal. Die Augen ab. Ja, wie viele Rehe wollen hier sein? Ja. Lass mal gemeinsam die Höhle suchen. Weil die grauen Kannibalen hier erkennst du ja echt scheiße. Bist du immer noch unten am Fluss? Ah, weil ich hatte immer noch mal einen Kannibalen mit mir zu können. Lass mal gemeinsam die Höhle suchen. Oh! Ist das geil! Ich hab ein Bildschwein gefunden. Wo der Schlamm jetzt hin ist, weiß ich auch nicht. Und noch eins! Ach, hier ist ein Baby! Weg hier! Ja, bei dir war glaube ich eine graue Spinne. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das macht auch mal wieder Bock. Anstatt einfach die ganze Zeit bauen, irgendeinen Scheiß durchsuchen. Aber hier unten ist nichts weiter. Das Toton kann ich auch nicht abbauen. Vielleicht haben die Entwickler das als irgendeinen Punkt oder so genutzt. Aber hier ist eine gute Baufläche, hier ist so viel Platz hier unten. Was ist traurig und stinkt nach Bier? Deine Schwester! Haha! Chewie, wir sind zu Hause! Sorry, da musst du sein. Der Watz war sowas, wenn man unwissig war. Ah! Stell dich genau... Bleib so, bleib so, bleib so! Ich zähle den Dings hoch. Oh! Äh... 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 Oh Mann, kleiner! Äh... Mach den runter! Ich komm nicht weiter runter! Äh... 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 Jetzt! Äh... Äh... Oha Tyler, wenn du wüsstest, nein, ich bin tot. Ich hab null Ausdauer, dann heal dich mal irgendwie, aber beeil dich, ich werde hier bespuckt. Das Tor geht nicht auf, das Tor geht nicht auf. Hier ist ein Big Mac. Nee, da geh ich erst mal essen, ganz schnell. Junge, ich hab mal ein Handy voll. Jetzt sind sie in der Base, Junge, jetzt muss ich zu dir. Ja, aber sperr die ein. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab... Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Lauf, 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 lauf. Ich kann nicht laufen. Ah, mob bin ich. Ich hab nicht gespeichert. Ess schnell was, ess irgendwas, kann schnell und wiederbeleb mich. Kannst du vergessen, Alter, ich durfte echt Deku. Alter. Du kannst jetzt... Die sind hinter mir. Oh, ich hab ne Idee, warte, ich komm. Du kannst mich eh nicht verrecken lassen. Na klar kann ich dich verrecken lassen. Ich werde dich nicht verrecken lassen. Ich werde dich nicht verrecken lassen. Gleich spiele da, heil mich. Ich komme. Ich werde dich ja nicht an. Ich werde dich im Vor creshen, dann klatsch ja ich habe nur noch nicht mal mehr ein viertel sie zu ja ich bin ich mann die sport nicht ich habe sie angezündet ich habe jetzt ich weiß die bombe man jetzt los jetzt helft mir doch ich versuch doch ich bin gleich tot es ist nicht mehr mehr ein Zentimeter es ist nicht mehr mehr ein Kilometer ich bin gleich tot ich bin tot ja ja ich habe es geschafft Alter 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 der Vetter hat Kopf im Kopf er ist gegen Steinwert gelaufen und gestorben ich habe ohne Scheiß der Schädel war Kopf nicht voll wo du mich geholt hast ne im letzten Moment ich sehe es um meine Hand denke ich ich dachte gerade du bist ein Kalibale ich denke schon wäre ich tot hör hör auf hier ist wieder ein Arms ich höre noch was Alter Junge ich höre noch was ja da hinten irgendwo bist du mit war auch was sch